So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich hatte zwar eben schon mal eine Aufnahme gemacht, nämlich schließe Aufträge für Fußballcharaktere ab, aber das Ganze hat irgendwie in der Runde selbst nicht gezählt, was ich ganz komisch fand. Aber denkt dran, ihr könnt die Aufgaben abschließen und dann einfach die Runde beenden. Das Ganze habe ich nämlich dann jetzt gemacht und wie ihr seht, die Aufgaben haben dann doch gezählt. Ich muss jetzt noch ganz schnell eine Aufgabe schon mal machen. Ich hatte jetzt bisher die Aufgabe von wegen, lege eine Distanz zurück. Also einfach nur gehen, dann die Ziele treffen in dem Tor. Also bis jetzt eigentlich ziemlich simple Aufgabe. Mal gucken, was sie jetzt für Aufgaben da hat, weil dann habe ich die eine Mission definitiv schon mal fertig. Trifft Ziele mit dem Fußball, hatte ich eben auch schon mal. Na gut, wir müssen erst die Aufgabe erledigen. Ja gut, erstmal über das Tor. Oh Gott, mit dem Controller ist das echt. So, haben wir das schon mal. So, noch mal. Hey, lass meine Ziele stehen. Oh, lost. Was ist denn da ihre Mission? Oh, jetzt haben wir noch einen Gegner hier. Ach man, wer ist denn da? Wieso schießt du denn auf mich? Was ist denn mit den Bots los? Warum schießt du denn auf mich? Ich habe dir nur gar nichts gemacht. Aber wir können noch mal hingehen. Ach, leckt mich doch ein Besen. Ah, warte mal gucken, ob wir die in Pleasant Park vielleicht abschließen können. Also ohne Quatsch, da verstehe ich jetzt wieder nicht, warum der Bot mich angegriffen hat. Aber das ist so typisch für mich, oder? Ich meine, jeder, der meinen Kanal ein bisschen verfolgt, in den Livestreams dabei ist, der weiß, dass das genau so abläuft. Wird bei euch wahrscheinlich auch so ähnlich sein. So, haben wir noch hier noch eine schöne Tagesaufgabe abgeschlossen. Okay, die machen Dropkick-Übungen. Ach Gott, jetzt gibt es schon das los. Wer schafft das weiteste Tor? Ja, zack, haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Und wie ihr seht, ich bekomme es jetzt nicht angezeigt, dass ich die Aufgabe fertig habe. Ihr seht, ich schließe zwei von drei ab. Habe ich gemacht, aber zählt irgendwie nicht. So, wo ist mir der Fußballcharakter? Rot. So, aber ich zeige es euch. Wir gehen nämlich jetzt direkt raus hier aus der Runde. Ach Gott, ist das ein Geballer, ey. Das ist echt total kompliziert. Das ist schon wieder dämlich gemacht von Epic Games bzw. Fortnite, dass wir das erst nach der Runde sehen. Wie ihr seht, abgeschlossen. Obwohl es im Spiel nicht abgeschlossen ist. Also, wenn ihr das Problem habt, es wird nicht angezeigt. Einfach aus der Runde rausgehen und dann habt ihr die Belohnung ganz entspannt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In dem Sinne euch noch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein!